Jo Leute was geht ab und wir gehen heute auf den hungrigen Hugo und zwar kann uns ja vielleicht schon sagen wer Bibis neuer Freund ist abonnieren den Channel gerne wir gucken mal rein und schaut euch gerne auf TikTok und Instagram vorbei links malen in der Bio und wir starten direkt los Das war der mit dem ich meinen Fuß passiert hab Ekelhaft Da brauchen wir mehr Corona für Kaffee Oh ne Das ging ruhig nicht Game over Was läuft was läuft willkommen zum nächsten Video Knaussi IRL Stream wie immer legendär Sprichst du mal machst du mal red einfach mal was Oh ich kann das nicht Oh ey ey Mach mal ein bisschen hallo da ist die Kamera Hallo Wollte er gerade das Mikrofon aufdrehen oder hat er einfach nur geguckt ob es da eine Taste gibt Momentierst du mal ein bisschen bis es geschehen Ey ich bin spontan Wunderbar Ey grüß dich doch Hello Hallo Hallo alles klar Ist das Maxine? Ja Was die hätte denn? Was wissen wir jetzt für den Sender hier? Du ähm wir sind für Adobe unterwegs Kennst du? Was ist dein Lieblingsprogramm? Flash Ne aber Flash war immer das ging mir immer auf den Sack Flash braucht ein Update das Programm geht wieder nicht Ja Kennst du das nicht Flash? Ja Das ging einem immer wirklich auf die Eier Hör auf Sag mal mit wem würdest du heute am liebsten nach Hause gehen? Mit dir Ja Oder mit was? Was ist denn das für eine Frage? Na mit dir? Ohohoho ich wusste genau dass die Antwort kam Du müserst Was ist das? Ist das ein Angebot? Komm ich hier rein? Geil Hallo Wow Seine Freunde würde es auf jeden Fall feiern Hallo Snoop Dog Was ist das hier? Bessecamp 72 schon live ab jetzt Oh Ich bin da Kann sich jeder tätowieren lassen Warum sonst? Tätowieren lassen? Ich tätowier heute mal Maxine oder? Jetzt kommt der Stich Na ernst Lass mich mal funken einmal Wir haben ein Feuer hier oben Komm Gehen wir mal raus Ja super Ich weiß gar nicht was abgelehnt Die Hemmungen werden wieder komplett Die Hemmungen werden wieder komplett Ach du Kacke Hat man das gehört? Hat man das gehört? Warum ist er schon wieder im Video? Sag es mir keiner Fass Fass jetzt Der Lambo wartet beim Sultan Imbiss Ich unterschreibe ihn den noch Den bringen wir den jetzt zum Sultan Imbiss Der ist für Monti Monti der Lambo wartet Hol ihn ab Oh ja Das wichtigste Thema Natürlich Hey na du Hahahaha 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 Das hört sich tatsächlich so an als wenn Aporek da gerade einen Insolvenzbetrug zugegeben hat Den Inzy Modus aktiviert Gibt ihr hier gerade Steuerbetrug zugegeben? Hahahaha 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 Ich glaub das ist auch noch ein Klassiker in 3 Jahren Frankfurt nach dem Europakapsieg Die können sich fallen lassen Zurecht Mega Leistung Überrasch powered Hahahaha Und so weiter Erdbeben Erdbeben Hahahaha Hahahaha Dazu hat ihr Landgewinde, weil ich speitern sind Schade Weihnacht, Weihnacht, Weihnacht! Alter, die gehen da ab! Ich glaube, das ist nicht mehr alles Frankfurt, oder? Was macht diese Idioten da? Ich muss nicht aus! Analyse der Stadt einen Tag später. Oh nein! Oh nein! Oh scheiße, bist du von Knossi der Typ? Ja, ich bin von Knossi der Typ. Oh, schlag, schlag, schlag! Geladene Schafe, geladene Schafe! Das ist immer mehr... Das ist so schlimm, wenn das passiert, das KNA! Hi! Geil, dass Sie das gemacht haben! Ja! Ich will dem Trinkwasser! Hey, Kamari! Ja, ja! Ja, easy! Ja, easy! Ja, easy! Film dich doch gar nicht, mein Freund! Ich bin scheiße gar nicht! Kamari, die läuft, Mann! Ja, gut, aber willst du jetzt noch trinken, oder nicht? Was geht jetzt nicht? Ich will ja trinken, weißt du? Ich bin scheiße gar nicht. Was trinkst du noch? Ja, dann, dann warte ich! Soll ich f*** deinen Arsch an! Wohohoho! 3 8 5! 3 8 5! 3 8 9! 100! 3 8 1! 1 9! 3 9! 1 2! 1 1! 2! 1! 1! 1! 2! 5! 1! Sei es nicht von mir, das waren Zuschauer. Das ist Kultur. Das ist alles, was dir eingefallen ist, was du mit deinem Leben anstrengst. Absolut, ja. Knapp 4000 Leute amüsieren. Ich will, amüsierst du. Keine Zeit, um ihr Haus zu putzen? Wir helfen ihnen. Rufen sie einfach bei CleanMyHouse88 an und Marcel Ehres kommt persönlich vorbei, um ihnen beim Putzen zu helfen. Verbläst dich du an so. Jetzt von abtören, wenn alles voller Hundehaare ist, Mann. Was macht der da? Glaub, du zerkratzt meinen Tisch. Was? Ich zerkratze den Tisch, Digga. Das ist eine gute deutsche Eiche hier, Digga. Das ist nicht mehr Jugendfreude. Die Bewertung sprechen für sich. CleanMyHouse88. Einfach zu mich dann. Kannst du sagen, Moin Till? Du bist eingestellt als Praktikant. Berlin, ne? Und? 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 Ich kann dir helfen, wenn sie was nicht tun. Ja, ne? Praktikantenjob ist eingestellt. Junge. Abbe und Leon, die friedlich über das Box-Event reden. Jetzt mit Krippi dabei. Und bei links würde ich auch sagen Sinan. Ja, beautiful. Weil er ist Kämpfer durch und durch. Den ist von 8 Mega-Konditionen. Aber Kahn, Digga, der hat halt gute Schlag. Aber Kahn hat sich froh im Bereich. Kahn hat sich mit besser. Soll ich gedacht, da spare ich mich für dich Sturm, das war's schon. Und was los? Hat Opa sich wirklich sein Gebiss selber, weil er dem Zahlerkleber vertraut, hat er sich selber seine Zähne geklebt mit Sekundenkleber? Also, er hat es gemacht. Ich hab gestern im Live-Find erzählt, dass du deine Zähne mit Sekundenkleber geklebt hast, ne? Ja. Hab ich auch schon mal gemacht. Hä? Ich mach auch nix anders sehen, wie so eng so einen Kleber, ne? Und einen Kleber, ne? Oh, warte, geil, wie dir. Das war ein tolles Video. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ja. Monte ist halt noch immer noch der beste Abnehmer von dem Video. Also wirklich. Also ich glaub, das könnte fast das Monte-Beste-Auf-Kanal hier durchgehen. Abonniert den Channel gern. Lasst gerne auf mich nach oben da. Und macht auch gerne das Plus weg. Bye. 8 5 Ne Untertitelung des ZDF für funk, 2017